hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von rapid transit in trains in world und heute machen wir das letzte szenario in diesem dlc und das ist dann die stadtrundfahrt heißt wir fahren einzug von konowitz aus nach norden das wollte ich gar nicht das machen durch leipzig und den tunnel bis nach bederfeld ist ja nicht so was wir schon das ein oder andere mal gemacht haben aber warum nicht stadt durchfahrt nicht rundfahrt habe ich ja rundwerk gelesen weil schon gar nicht mehr willkommen in leipzig konowitz die da dies eine innerstaatliche verbindung ist werden sie an allen unterwegs waren halten ihre installation ist bitterfeld lassen sie sich dann machen wir uns mal einen sitz und platz und so auf den fahrer die schüler rechten seite kenne ich da es ist gelöst können wir die Bremse noch machen, dann können wir die Fahrtrichtung wieder nach vorne setzen Mensch, wie spät haben wir? 12.28 Uhr, okay kam mir jetzt ein bisschen später vor, aber gut ach, die letzte Fahrt also die letzte Szenariofahrt, kann man eigentlich selbst Szenarien erstellen? das wäre jetzt auch noch interessant zu wissen, ich glaube aber nicht oh, wieder so lange warten das wäre eine coole Sache so einzelne Szenarien erstellen zu können, aber ich glaube, das ist dann eher hier freie Fahrt und so weiter Nächster Halt, was? ich habe doch schon verriegelt Nächster Halt, Leipzig MDR äh, 70, alles klar reicht mir sowieso vorher noch nicht zwei Kilometer die müssen sich umher tockern ach, das ist schon schön, muss ich schon sagen macht schon Spaß zu fahren hier auf den deutschen Strecken mir fehlen auch noch ein paar Sachen, jede Menge Sachen von Amerika ein bisschen große Britannien, große Britannien hier auf dem auf dem Great Western Express und natürlich noch alles bis jetzt von Amerika Wunderbar oh je das wird schon schlecht, das ist immer so leck das ist ganz merkwürdig heute irgendwie ähm Hust ein bisschen über den Stil hinaus ähm ice ähm ähm So, und hier ist da halt der Leipzig Bayerischer Bahnhof. Gucken wir wahrscheinlich echt zu spät an. Oder auch nicht. Was schleift denn jetzt hier so? Heute heißt es mit dem Rimm sind ja nicht, ne? Holy moly. Steuers aus. Schleiften hier. Wo kommt man das denn so vor? Schleiften hier. Schleiften hier. Schleiften hier. Schleiften hier, wo es sein muss. Bis auf der Zug vorhalten sollte. Schleiften hier. So. Vielleicht schießen wir diesmal nicht alles hier hinaus. Weitere muss ab, vielleicht ist das noch was ganz schönes. Schönes Irgendwas macht ja komische Geräusche Jaaa, da nehm ich noch... Ja, gerne mit Ich bin etwas verwirrt Die Geräusche waren noch vorher nicht da, oder? Na gut Nächster Halt Leipzig Markt Jetzt noch mal ganz entspannt hier rein, das ist auch mal was schönes Die Geräusche Quietsch Dimmter Lichtstrahl Jaaa, wenn schon Menschen dann auch hell Wollen wir auch was sehen Jaaa Das rechte uns mit, ne? Alles klar Da ist er Aber sogar ein bisschen zu früh dann Nächster Halt Leipzig Hauptbahnhof Tief Nächster Halt Leipzig Hauptbahnhof Tief Jetzt noch wüsste man anfangen anzuhalten Jaaa Muss ich nochmal reinsteinen, ne? Ich glaub ich weiß, dass Hohen das jetzt irgendwie geändert Er täuscht das Nächster Halt Leipzig Müssen wir mal was testen Äh, war es das? Ja Nächster Halt Leipzig Es ist wirklich noch da Nächster Halt Leipzig Nord Nächster Halt Leipzig Nord Nächster Halt Leipzig Er ist ein Rumpf Nächster Halt Leipzig Die Möchung Die Möchung Die Möchung Hier ein bisschen beschleunigen Nicht lang aber kurz Da können wir länger anhalten und mehr Zeit dafür Kann sogar fast passen Irgendwie stört mich das mit dem Sound ja gerade ein bisschen Wenn ich bloß wüsste woran das liegt Das ist auch immer nur beim Fahren Na ja was auch immer Eddie ist halt wie es ist Ne Und weiter geht's Nächster halt Nächster halt Leipzig Messe Und weiter geht's 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 weiter geht's wieder Oh, jetzt geht es schön gemütlich nach Leipzig müssen. Warum wir gar nicht erst versuchen, kommt es dann nach Leipzig Messe, können wir uns dann das für Leipzig, äh, nach Leipzig Messe aufbewahren, meine Güte, schwere Spaß, ne. Vielen Dank. Ja, ein bisschen zu weit. Ja, ein bisschen, ein bisschen zu weit. War das nicht links? Doch. Türen entriegeln. Hä? Sind sie auf. Jetzt bin ich verwirrt. Äh. Hä? Warum sind ein paar Töner jetzt auch ein paar nicht? Das ist verwirrend. Das ist verwirrend. What the fuck? So. Dann bin ich jetzt noch ein paar Türen offen. Oh, das wird echt verwirrend. Jetzt sind alle zu. Und keiner wollte einsteigen. Hä? Dann fahren wir weiter nach. Jetzt bin ich echt hart verwirrt. Ja. Das wird mir das Problem geben. Das steht schon mal fest. Hä? Boah, ist doch wieder wagen geworden. Das muss ich nicht verstehen. Vielen Dank. Sehr gut. Es ist halt wie es ist. Zischt ja auch jetzt. Seit Ewigkeiten. Merkwürdig. Hauptsache wir kriegen irgendwie wir kriegen keinen Abzugspunkt. Da wird auch immer. Oder wir kriegen ein Fade-Szenario. Das ist ja auch schlimm. Oh, nicht schön zumindest. So spät sind wir auf alle Fälle. Aber das ist ja auch kein Nöme. Das ist ja auch nicht. Okay. Oh, mein Gott. okay also ja gut haben wir heute komplett vergessen dieses szenario hallo die wildfee also schlimmer geht immer dann steigen sie der fahrgäste ein ja gut Nächster Halt hoffentlich halten wir da auch vernünftig wäre mal zu abwechseln mal wieder was schönes weil es ja dürfen wir erstmal gas geben gas geben und genießen gas geben gas geben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute läuft es offenbar nicht so richtig Aber wenigstens wieder zwischendurch ein Bahnhof fast perfekt mitgenommen ist es wieder warm hier obwohl es eigentlich noch frisch mit 30 Grad ist echt ein schöner Spot hier schön gelegen so unbedingt da wohnen wollen würde ich bestimmt auch nicht nächster Halt wieder ein Stückchen fahren ganz entspannt quer durchs Land jetzt ist es noch einen schönen Tag heute ist es noch nicht so gut vor allem jetzt noch mal ist es noch nicht so gut Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist auch ein bisschen irritiert, dass links die Uhr nicht läuft, aber die in der Mitte läuft. Ist doch gar nicht fies. Nichts. Wie wir am Anfang ein bisschen zu stark bremsen, dann kann man am Ende noch ein bisschen gemütlich reinrollen. Irgendwie sind wir auf alle Fälle und einigermaßen perfekt halten tun wir auch. Wie gesagt einigermaßen. Perfekt ist anders. Oder ist es die Uhrzeit, wenn man die letzte Tätigkeit gemacht hat? Wenn man die letzte Tätigkeit gemacht hat. Okay, interessant. Nächste Halszelle, das ist nicht ganz richtig, das ist Petersroder. Alles auch ein ganz schönes Stückchen, bis wir erstmal dort sind. Ich weiß nicht, was die Uhr links bedeutet. Oder wenn man so umschwingt. Weil mit der Uhr was passiert. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, auf welche Uhr ich nicht achten muss. Oh, wunderbar. Lange so eine Kurve. Fühlt man sich fast wie eine Rennenpiste. Schwitzen du mir dann auch noch so viel wie gerade. Sondern von hinten etwas unangenehm. Warte auf, das ist mir dann zu warm. Habe ich ja nie über das Fenster offen. Warte schon als Sonne von hinten kommt. Warte ist es schon wieder zu spät. Warte. Ich darf nur noch mal sagen. Ich werde doch gelachen, was ich hinbekommen hätten. Und einsteigen lassen. Puh. Das sollte doch nicht mal so lange dauern, ich habe noch zwei Stationen, zwei Restationen selber in Bettefeld. Es wäre wirklich schade, dass man hier nicht einen Fahrplan hat, der halt wirklich gültig ist. Das wäre halt schon eine coole Sache. Dann wüsste man zumindest, wo man gerade ist, weil man da angekommen ist, weil man da losgefahren ist und so weiter. Ich glaube, man hätte losfahren müssen und anhalten müssen und so. Das wäre ja schon cool. Wenn wir jetzt auch mit den Zusatzerfors ab, wann man wie schnell fahren kann, das wäre dann schon eine krasse Sache. Vielleicht auch so mit Anzeige, welchem Kilometer man gerade ist. Dann brauchen wir auch gar nicht der ganze Zeit das Overlay. Oder dann brauchen wir das Overlay überhaupt nicht. Oh Gott, wie lange soll ich noch warten? Und tatsächlich, der letzte halt, Bitterfeld. Der Zug endet dort und so. Ein Schlöckchen haben wir noch, 6,2 Kilometer. Können wir noch mit den letzten fünf Minuten genießen. Die letzten fünf Minuten von dem letzten finalen Szenario von Rapid Transit. Dem vorletzten DLC von Trains in World. Oh, ich habe das Gefühl, ich hätte nicht so schnell fahren dürfen. Aber das ist jetzt zu spät. Aber da war ja wunderbar, der wunderbar geklappt. Oh, 120. Das ist wirklich noch. Schön. Bis 130. Ich kann ja mal hier vom Tempo ein bisschen runtergehen. Und zwar sich ausrollen lassen, bis zum nächsten Tempo-Beschränkungen. Bis zum nächsten Tempo-Beschränkungen, bis zum nächsten Tempo-Beschränkungen. Das ist schon mal gut zu wissen. Zumindest meine Beobachtung von, die ich gemacht habe bei Trains im World. CSX Heavy Hole Wunderbar Endhaltestelle kommt immer näher 1 2 1 2 2 3 3 4 Na? Wo ist der Pfeil? Da ist er. Ach wie herrlich. Ich weiß, ob das Wende mal auf neutral. Ich will schon mal aufmachen, wir müssen ja nicht raus. Mir gefällt es echt, dass man hier rumlaufen kann. Das ist schon eine coole Sache. Anklicken kann oder was weiß ich. Lampentest Schaltschrank. So, ausgestiegen sind wir. Ja, gerne mit dem Fahrstuhl fahren, aber... Geht wohl nicht. Man kann halt nicht alles haben. Stattdurchfahren. Leipzig konnte jetzt nach Bitterfeld. Und Level 18. Level 8 bei Rapid Transit bei der Strecke und Level 6 beim BAO. 1, 4, 4, 2, Strich 1, Talent 2. Insgesamt 1800 Punkte. 44 Minuten haben wir gebraucht. Und überraschenderweise haben wir überall den Garten. Hm. Darüber beschwere ich mich nicht. Heißt, wir haben jetzt, glaube ich, sogar von Rapid Transit, glaube ich, das allererste DLC, was wir jetzt komplett abgeschlossen haben. Von den ganzen Szenarien. Hier sind überall Haken. Es waren ja auch nur 1, 2, 3, 4, 5 Folgen. Wenn man mal bei den anderen Strecken guckt. Hier... CSX Heavy Hole. Da sind das noch... Sind das insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Szenarien. Wobei wir nur 3 davon gemacht haben. Und ich an diesem Camerland-Auftrag, glaube ich, schon 4, 5 Mal gescheitert bin. Der wird aber auch irgendwann nochmal kommen. Warte, ich weiß, jetzt wird das... das kommt noch. Heißt, da fehlen uns noch 5 Szenarien. Davon gibt's noch 5 Folgen. Ähm... Dann von Great Western Express. Da gibt es auch noch einiges. Da haben wir auch erst 2 Sachen gemacht. Da gibt's auch noch Weihnachtsschließung. Aggregat-Industrien haben wir, glaube ich, auch. Habe ich, glaube ich, schon versucht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Heißt, da gibt's auch noch 3 Folgen. Und von, ähm... Ja, der neuen Shackle. Von NEC. Vom North Corridor... North East Corridor New York. In DLC. Da gibt es, äh... Eine Folge ist, glaube ich, sogar schon ein Kasten. Ich hoffe mal, es funktionierte. Es sind aber schon 2. Zu wissen. Das heißt, ich hoffe mal... Also eine habe ich dann, glaube ich, komplett aufgenommen. Die andere habe ich aufgenommen und gestreamt. Da gab's dann halt nur irgendwie Probleme. Ich glaube, das ist irgendwie einigermaßen... Ähm... Ähm... ... anschaubar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Folgen gibt's davon. Äh, sieben insgesamt. Heißt, äh, da kommen auch noch sieben Folgen. Also es gibt noch einiges. Und dann wird's ja bald ein neuer Schreier kommen, meist. Ich glaube, es wird fast schon in eins übergehen. Ähm... Und ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich demnächst hier mit... Das ist einfach CSX Heavy Hole abschließen... Wollen... Müssen. Ähm... Weil's ja einfach halt schon das allererste Ding gewesen ist. Ähm... Ähm... Jo... Ich würde mal sagen, damit verabschiede ich euch erstmal von dieser Folge. Ich glaube, es hat euch gefallen. Ähm... Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben... Daumen... Lasst einen Daumen da und äh... Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Könnt auch gerne kommentieren. Ich wünsche es Francesco. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!